Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen DSDS-Video und zwar mit legendären, spektakulären Auftritten aus der DSDS-Geschichte, Freunde. Unter anderem, ihr habt es am Thumbnail gesehen mit dem Amadeus-Auftritt. Ich labere nicht lange. Los. Ich bin Tasha, ich bin eine Sängerin aus Düsseldorf. Ich glaube schon, dass ich viele Neider habe, aber die blende ich komplett aus. Okay, Tasha ist schon Sängerin. Ich weiß nicht, wie professionell, aber sie ist Sängerin. Wenn man sich so bezeichnet, ab wann kann man sich so bezeichnen? Wenn man einmal gesungen hat oder wenn man Auftritte hat oder so? Okay. Und sie redet von Neidern. Komplett ausblenden können wir leider nicht, dass wir ziemlich gespannt sind, ob uns ein blendender Auftritt erwartet. Bist du alleine hier? Ich bin heute hier mit meiner besten Freundin Ola und die unterstützt mich sehr. Ohne Witz, wir können einfach nicht den Haupteingang finden. Ja, das ist ärgerlich, wenn das Casting daran scheitert, dass man den Eingang zum Raum nicht findet. Wenn ich mich in drei Worten beschreiben müsste, wäre das auf jeden Fall... Tasha mit Doppelhaar, so noch nie gesehen. Aber, okay, die Tasha, finde ich, sie hat einen sehr markanten Look, ja, weil kurze Haare, sehr große Ohrringe. Also ist auf jeden Fall eine Ausstrahlung. Und 18, sehr jung. Kreativ. Also zu dem Zeitpunkt ist ja schon ein paar Jährchen her. Verrückt und korrekt. Voll korrekt. Ich versuche einfach, ich selber zu sein, mich nicht zu verstellen und damit die Jury zu überzeugen. Ja, das ist auch cool. Ich glaube, das klappt auch ganz gut. Let's go! Da ich ein kreativer Mensch bin, liebe ich es, mit meinem Äußeren und besonders mit meinen Haaren zu experimentieren und trage deswegen auch unterschiedliche Perücken. Ah, deswegen die kurzen Haare, weil dann kann sie halt jeden Tag eine andere Perücke tragen. Also ich kann es mir auch ganz cool vorstellen. Dann kannst du jeden Tag entscheiden, oh, heute mal andere Haare. Aber deine richtige Frisur unter der Perücke sind dann halt kurze Haare, weiß ich immer nicht. Also ich werde euch eine Zeit ganz sicher so treiben, wie es hier so aussieht. Also die meiste Zeit verbringe ich im Tonstudio singen. Wir sind die auch schon. Ah, crazy, okay. Die ist sogar schon in dem Tonstudio. Hat sie eigene Songs und so. Dann ist sie ja doch schon vielleicht etwas fortgeschrittener, sag ich mal. Ich habe Masterplan Studios. Aber genauso viel konzentriere ich mich auch auf die anderen Sachen, die drumherum um das Singen gehören, wie Tanzen, Fitness und Co. Hier ist der Aufnahmeraum. Normalerweise, wenn ich das aufnehme, stehe ich dann hier und habe meine Kopfhörer auf. Mein krasser Wille-Sängerin zu werden ist von Geburt an da. Das ist wie anders, die da plötzlich aussah, weil so Haare können so einen kranken Unterschied machen. Denke ich. Und damit lebe ich. Und das ist auch mein Ziel und mein Traum, den ich auch verfolge. Tschasalinchen, komm jetzt rein hier. Das werden die so aufgerufen, komm jetzt rein hier. Ja, meiner Meinung nach schaffe ich das. Aber natürlich kann man sich immer wieder verbessern und auch immer wieder besser werden. Und das ist auf jeden Fall auch eines meiner Ziele. Ich werde Superstar, weil ich euch mit meiner Stimme meine Emotionen überzeigen möchte. Bei Dieter, Dieter als Joker immer zu nehmen ist immer so, ja, wenn er dich gut findet, dann findet er dich richtig gut. Oder er findet dich halt wirklich beknackt und gibt dir ein Nein. Aber bei Dieter gibt es immer selten so Mitteldinger. Der findet dich entweder super oder gar nicht. Den als Joker zu nehmen ist risikoreich. Hallo. Aber als hübsche Frau Dieter Bohlen zu nehmen ist auch smart eigentlich, weil er hübsche Frauen fast immer weiter lässt. Hallo. Oh lala. Tasha, machst du Fitness? Du siehst so in der Fitness aus? Ja. Was für einen Sport machst du? Ich gehe viermal die Woche, also dreimal, wir wollen jetzt nicht lügen, viermal bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Was machst du als Stepper, bis der Arzt kommt oder was? Also ich mache Ausdauersport und Kraftsport. Kraft auch, ja? Ja, bisschen. Okay. Und so beruflich, was machst du da? Beruflich mache ich gerade eine Ausbildung als Mediengestalterin im Bereich Bild und Ton. Hauptsächlich, also spezialisiere ich mich natürlich auf Ton. Stehen die Kreolen da nicht? Kann man sich da überhaupt noch bewegen da irgendwie? Oder wie geht das? Ja, kann man. Kann man. Gibt es so eine Technik, ja? Ne, sieht aber geil aus. Alles eine Sache der Gewöhnung, glaube ich. Also am Anfang fühlen die sich ungewohnt an, aber wenn du die immer trägst, dann juckt die das nicht mehr. Aber, also steht die auf jeden Fall. Ja, also ich finde die sowieso. Ja, tolle Figur auch. Ja, gut, ja, aber die Rübe vor allen Dingen. Die Rübe ist ja der... Also, mir gefällt die Rübe. Was das denn für ein Kompliment, Dieter Bohlen? Mir gefällt deine Rübe. Ich muss aber auf deine Haare so ganz kurz zu schneiden, die so zu scheren. So Amber Rose, ne, so ein bisschen. Ja, das sagen viele. Ja, aber da muss man natürlich relativ gut für aussehen, ja. Ja, ja, ja. Weil lange Haare natürlich bei einer Frau sind natürlich schon weiblich und sehen gut aus. Und wenn dann halt eine Frau so kurze Haare hat, dann muss das Gesicht halt stimmen. Also, ich mag bei Frauen, also das ist ja Geschmackssache, aber lange Haare. Aber ihr steht das tatsächlich. Komm, für so eine Frisur, ja. Wenn ich mir die Haare so schneiden lassen würde... Das muss man sich leisten können, glaube ich. Doch, doch. Ich auch. Wenn ich einen Buzzcut hätte, Leute. Ich würde so verkackt aussehen. Vertraut mir. Vertraut mir. Mir steht kein Buzzcut. Das ist heftig, so eine Frisur. Du hast eine gute, du hast schöne, dicke... Na, ist egal. Ähm, naja, das ist ja die Natur, ja, ne? Von was redet ich? Von den Lippen, ne? Ja, weil so müssen Mund... Also, aussehen in... Dankeschön. Ich komme wieder vom Thema ab. Aber die Lippen sind wirklich eine Eins. Ja, Dieter. Dankeschön. Alles so. Ja, dein Mund ist... Wenn du so singst... Du bist weiter. Nein, bestimmt nicht. Dieter reicht doch jetzt, Mann. Hör auf jetzt über ihre Lippen zu Renis 18. Wenn du so singst, wie deine Lippen aussehen, Ja, ist ja gut. Dann kriegst du einen gelben Zettel. Besser. Ist eine hübsche Frau, sind wir uns alle einig. So, los jetzt. Besser. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Ja? Was singst du denn für uns? Ähm, ich singe Scary to be Lonely von Dua Lipa. Das singen wir mal. Das finde ich echt mega. Finde ich mega. Ja, komm, Dieter ist schon verliebt in die. Der lässt sie eh weiter. Ich finde das auch gut, dass so neue Songs so... Auf jeden Fall. Ja, die singen ja alle diese Kriecher da. Whitney Houston, alle Christina Aguilera und alle Shakis, Ain't Got You. Mensch, das höre ich seit 15 Jahren. Ja. Wie alt warst du nochmal? Was hast du gesagt? 18. 18, okay. Natascha, da war ich, ich glaube an dich. Ich glaube auch an dich. Eine ganz sanfte, klare Stimme. Also, ähm, ja, macht's dir gut. Und ich frage mich. Und ich frage mich. Ja, es war gut. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, noch Potenzial nach oben. Im Refrain war so eine Passage, die mir nicht so gut gefallen hat. Die Strophen, finde ich, hat sie besser gesungen. Aber natürlich in der Gesamtausstrahlung wird sie weiterkommen und würde ich jetzt auch ein Ja geben, weil sie hat auf jeden Fall schon ein bisschen Erfahrung im Gesang. Aber es ist jetzt nicht das Non-Plus-Ultra, ne? Aber wie gesagt, was erwartet man? Ja, Tascha, ich muss eins sagen, weil du hast ja gerade gesagt, ey, ich singe viel besser als meine Lippen, ich finde deine Lippen besser als den Gesang, bin ich jetzt ganz ehrlich. Er vergleicht einfach Lippen mit Gesang. Dieter! Weil da waren natürlich schon der eine oder andere falsche Ton dabei. Definitiv. Ähm, ach so. Das ist aber schön, dass du sagst, definitiv, und dass du es dann wirklich anscheinend ja selber gehört hast, weil das ist der erste Weg. Weil die meisten Leute denken immer, ich kann alles, ja? Ja, pass auf, ich lass dich hier nicht raus, also du bist mir zu auffällig hier, also ich finde, am Kopf siehst du aus wie ein Star, gesanglich ist das so mittelmäßig, finde ich im Moment noch, aber muss man mal ausprobieren. Wie ist die alte, die Breaking Ball gesungen hat? Miles Cyrus. Ja, also so, das schaffst du doch auch im Larch und Sven, oder? Im Larch und Sven. Ähm, nee, aber, äh, hab ich mir ein bisschen gedacht, dass er so reagiert. Okay, äh, Musti? Easy. Ich würde es auch gerne probieren. Mhm. Ja, also ich finde auch, dass deine Stimme irgendwas Kriskes hat, dass sie irgendwie was Besonderes hat, und, ähm, ich glaube, die Songauswahl ist einfach das Wichtigste, und ich würde dir auch ein Ja geben. Danke. Ich glaube, du bist ein starkes Mädchen. Ich bin dabei. Danke, wow. Ja, viermal Ja. Hast du viermal Ja? Oh my God. Viermal Ja? You're a cool girl. Danke. Danke dir. Tschüss. Toll aus. Tascha ist im Recall. Ein klares Lippenbekenntnis der Schüge. Dieter hat die Hälfte der Zeit nur über seine, über ihre Lippen geredet. Oh my God, ich bin weiter, ich bin weiter, ich bin weiter, ich bin weiter. Ich muss noch viel üben und immer weitermachen und ich muss mein ganzes Leben viel üben. Aber sie ist sehr sympathisch, also sie ist sehr kritikfähig und so, weil sie kam rein und meinte so, ich hab ne Menge Neider und dann war ich halt so, okay. Aber wenn man halt einen Look hat, der überzeugt so und dennoch noch so bodenständig ist, kritikfähig ist, sie so, ja, hab ich gehört, hey, ich werd mich verbessern und so. Das ist doch das aller Angenehmste, wenn Menschen einfach so sind. Weil nur dann bist du der King. Richtig Übung nach dem Superstar. Also ich heiße Fabian, bin 21 Jahre alt, komme aus der Nähe von Mannheim. Ich hab schon früher mit meinen Eltern zusammen immer DSS. Boah, 21, ne, ich hätte ihn jetzt auch älter eingeschätzt. Nicht weil er alt aussieht, so alt alt, sondern weil er einfach Bart hat und schon so ein bisschen, ähm, ja. Ich hab's geguckt eigentlich von Staffel 1 an. Und habt ihr euch den Schilder, was du singen willst? No. Wow, stutt aus dem Schwabenländle. Ich hab mir schon öfter überlegt, ob ich nicht mal herkommen soll, aber so der letzte Mut hat eigentlich immer gefehlt. Mhm. Und würde ich, also, sag ich euch ehrlich, wär bei mir auch so, ja. Also, selbst wenn ich ein bisschen singen könnte, wär ich halt so, boah, ich will mich nicht von ganz Deutschland zum Kasper machen. Weil es gab schon Leute, die eigentlich, glaub ich, schon ein bisschen Talent haben, aber trotzdem auseinandergenommen wurden, weil sie irgendwie eine falsche Personality hatte, weil die irgendwie gerade schlecht drauf waren oder weil man einfach dann so aufgeregt war, dass das sich nicht gut angehört hat. Und davor hätte ich dann irgendwie dann doch Muffin sausen, ja. Sag ich euch ehrlich. Aber, man gut, ich hab's nie mit dem Gesang probiert. Dementsprechend, äh, ja. Muss ich da zum Glück auch nicht hin. Und dann hat meine Mutter gesagt, ah, doch, du gehst jetzt dieses Jahr. Ich bin schon als Kind, du hast keine Chance, du wirst das jetzt tun. Der, der, der Schwaben-Akzent. Der, nichts gegen Schwabenländle. Aber der, der Dialekt ist wirklich böse. Der ist böse. Ich hab auch in meinem Freundeskreis ein paar Leute, die, die so schwäbisch, äh, äh, schwat, wie sag ich mal, schwatzen können? Ne, die, äh, so, und das ist halt so. Also, attraktiv klingt's nicht. Ja, also, ich würd schon sagen, dass meine Mutter mein größter Fan ist. Aber meine Mutter wird auf jeden Fall anfangen zu weinen. Da bin ich mir schon hundertprozentig sicher. Mit seiner Stimme berührt er mich sehr und ich will ihn jetzt einfach nochmal an den Start schicken. Mal gucken, was die Welt sagt. Das Singen und ich, wir sind quasi unzertrennbare, äh, Genossen. Ja, ich denk, dass ich ihn schon, äh, zur Musik inspiriert hab, weil ich selbst auch viel... Zum Sieg? Zum Sieg? Zur Teilnahme meinst du? Du hast ihn zur Teilnahme inspiriert, dass er da mitmacht, zum Sieg? Also, er hat noch nicht gewonnen. Er hat das Casting noch nicht überstanden. Sing, äh, ja, sieht man ja jetzt halt. Ja, singt rund um die Uhr. Wir sind stolz viel. Ja. Hoffentlich sind Fabians Eltern das auch noch nach dem Jury-Casting. Selbst wenn er nicht gut abschneiden sollte, also wenn die, wenn sich Eltern von ihrem Kind distanzieren, weil er beim DSDS-Casting nicht so gut war, dann sind das ja traurige Eltern, also die stehen trotzdem weiter hinter ihm. Die Musik bedeutet mir schon viel, weil man einfach extrem viele Gefühle damit gut ausdrücken kann. Und wenn ich grad down bin, dann sitze ich auch mal daheim und höre mir dann irgendwelche Lieder an, die halt zu der Stimmung grad gut passen. Für gute Stimmung sorgt regelmäßig auch Fabians idyllische Heimat Hemsbach. Ich bin bei allem, wenn ich was anfange, dann bin ich schon richtig ehrgeizig. Und wenn ich bei DSDS rausfliegen sollte, wäre ich schon sehr enttäuscht. Klar, man will auch gewinnen, wenn man hierher kommt. Ich sag's immer wieder, aber hört auf von gewinnen zu reden, Mann. Ihr wollt in die nächste Runde weiterkommen, ihr werdet an euch arbeiten, ihr werdet alles geben. Das ist doch fair, aber ich bin enttäuscht, wenn ich rausfliege. Ey, ja, also beim Casting. Aber später kann das halt immer passieren, weil am Ende ist es manchmal auch nicht nur das pure Talent oder so, sondern du musst einfach die Zuschauer überzeugen. Du musst sympathisch sein, dass die für dich anrufen und und und. Bös bin ich, ja, so ein bisschen, aber ich glaub, es kommt dann noch mit der Zeit. Lieber Fabian, komm zu uns, wir freuen uns auf dich. Also ich hoffe natürlich, dass ich einen positiven Eindruck auf die Jury machen kann. Der wird gut, die Vorstellung war so positiv und, ähm, also, der wird performen. Dass ich sympathisch rüberkomme und dass ich nicht irgendwie als Idiot abgestempelt werde oder sowas. Naja, ich hoffe, dass mein Ausdruck gepaart mit, ähm, gesanglichem Talent reicht, um die Jury zu überzeugen. Hi Fabian. Hallo. 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 Wo kommst du her? Ich komme aus Hemsbach, das ist in der Nähe von Heidelberg, also zwischen Heidelberg und Mannheim. Mhm. Und, ähm. Erzähl mal ein bisschen was über dich, wie alt, warum bist du hier? Ich bin 21 Jahre alt, äh, studiere Sportwissenschaften in Heidelberg. Und, ja, würde mich gerne mal musikalisch ausprobieren. Heidelberg ist doch voll die Studentenstadt, oder? Da sind irgendwie, ist das nicht die Stadt, wo irgendwie, also ein ganz hoher Prozentsatz der gesamten Einwohnern in der Stadt Studenten sind? Ist das nicht Heidelberg? Ich glaube schon. Mein Vater hat früher Musik gemacht und da bin ich so ein bisschen auch reingerutscht. Er ist Musiker. Ja, er war früher Musiker, ist jetzt so ein bisschen in den Ruhestand, sag ich mal. Wenn man Musik macht, tritt man nie in den Ruhestand. Ja, er hat andere Prioritäten gewählt. Tab. Was hast du uns mitgebracht? Also, ich würde... Es kommt drauf an wie, ne, also, dass Leute mit Singen aufhören, kommt ja schon vor, also Dieter Bohnen singt ja auch nicht mehr aktiv, obwohl, doch, er hat ja mit Pietro und hier mal da einen Song rausgebracht, aber kann man nicht mit früher vergleichen. Aber er ist halt noch in der Musikbranche tätig, nämlich hier als Jurymitglied, denn dort und hier, also... Oder eher TV, also eher Entertainment-mäßig, aber ganz aufgehört hat er nicht, das stimmt. Gerne am seidenen Faden von Tim Bensko singen. Oh, also, schöner Song, den mag ich gerne. Aber der Blick sagt alles, es ist ein schwieriger Song, es ist ein schwieriger Song. Einfach mal loslegen, würde ich. Ja, ja, komm. Top. Hau mal rein hier. Jetzt will ich mich entspannen, wie es klingt. Okay, let's go. Das dreht sich alles nicht im Kreis, das ist nur der Wind, der dich in den Wahnsinn treibt, dich aufreibt, wie ein Sandkorn in den Fängen der Zeit. Das habe ich alles schon gesehen, passiert jetzt noch einmal. Aber ähnliche Stimme wie Tim Bensko, ne? Also, da sind definitiv Ähnlichkeiten vorhanden, aber macht er gut. Schwierige Nummer, äh, aber singt er gut. Okay, weiter. Tut es wieder so weh, ich versuch einfach, dieses Mal nicht hinzusehen. Vielleicht kommt dann kein Winter mehr, ich will keine Winter mehr. Vielleicht kommt dann kein Winter mehr, ich will keine Winter mehr. Und jeder Atemzug hängt am seidenen Faden, nur so lang, bis wir da sind. Und jeder Atemzug folgt dem roten Faden, nur so lang, bis wir da sind. Ja, also hat er solide gemacht. Also ich finde, das war wie bei davor, irgendwie die Strophe hat mir wieder besser gefangen. Irgendwie vor allem in den Höhen fand ich es irgendwie nicht perfekt. Aber wie gesagt, ausbaufähig, insgesamt solide. Und die Nummer hat, also hat er geil gesungen. Also die Strophe fand ich richtig geil, wie er die gesungen hat. Ja, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was die Jury sagt. Okay, dankeschön. Also wenn das nicht langt, dann weiß ich halt auch nicht. Also da waren keine dicken Fehler, Patzer drin oder so. Aber, äh, ja. Ich fand's akkurat gesungen. Ich glaube, emotional geht da tatsächlich noch eine Schippe. Ja. Aber ich fand's akkurat gesungen. Also von mir wär's ein Ja. Mhm. Ja, man, der ist beim Casting, der hat das doch solide gut gesungen, man. Der ist im Casting, der ist ein bisschen nervös. Normal singt er das jetzt, also kann man den Emotionen auch nicht freien Lauf lassen, weil das ist eine ungewohnte Situation, dass vier Leute vor dir sitzen, drei TV-Kameras um dich herum sind. In so einem Umfeld die Emotionen freien Lauf zu lassen, ist auch viel schwieriger als sonst irgendwie. Vielleicht bei einer Probe zu Hause alleine, so. Das kann sich ja noch verbessern, wenn er die ersten Live-Auftritte hat, in den Motoshows und, und, und. Also dementsprechend, also wenn der nicht weiterkommt, dann weiß ich auch nicht. Aber wenn du dann singst, ist es so, du triffst die Töne und gesangstechnisch ist es gut, aber es kommt einfach keine Emotionen rüber. Okay. Von mir her nein. Nein? Was erwartest du denn? Sorry. Dieter hat auch, ah, gemacht. Ich glaube, Dieter fand ihn ganz gut. Wie auch, er sagt, er wird jetzt nicht sagen, hey, das war der beste Auftritt, den ich je gesehen habe, aber er wird, er fand's gut. Ähm, ich fand, du bist nicht richtig da. Mir fehlt so ein bisschen die Emotion, dass du das wirklich füllst mit dem, was dir dieser Song sagt. Ja. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst. Von mir her nein. Ja, Fabian, vergesst das alles, was sie gesagt haben. Ähm. Also, ich finde dich als Typen mega, ja. Deine Ausstrahlung ist gut, du bist fresh, das klingt alles sehr modern. Danke, Dieter. Äh, 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 hä? Ey, das hat, also, das ist doch, ähm, also, die hat ja doch schön gesungen, die Nummer. Ey, was labern die beiden Mädels denn? Die geben dem ein Nein? Wisst ihr, was in den vorherigen Staffeln alles so weitergekommen ist? Wir wissen alle so, wer hier und da mal weitergekommen ist. Und dann lassen die hier so einem Typen, der Tim Bensko, wirklich sehr, sehr gut und solide singt, lassen die einfach sagen, nee, weil die Emotion nicht gut rüberkam. Noch nie so einen Stuss gehört, sorry. Die Strophe fand ich utopisch gut, du bist ein unheimlich toller Typ, so, auch wenn du jetzt so lachst, du hast schöne blaue Augen, du kannst toll singen, das Gefühl war richtig, du klingst modern in der heutigen Zeit, deshalb von mir ein Ja. Die Strophe war utopisch gut. Die erste Strophe, die hat er so geil gesungen, die war wirklich fehlerfrei fast. Und dann in den Höhen, da hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Und er hat eine sehr ähnliche Stimme auch, wie Tim Bensko, finde ich. Also da sind sehr viele Ähnlichkeiten. Klar, er muss, wenn er bei DSDS irgendwie weit kommen will, klar muss er irgendwie auch seine eigene Personality mit reinbringen und seinen eigenen Vibe haben. Einen Künstler eins zu eins zu imitieren, bringt ja nichts. Also hat auch selten zum Erfolg geführt, weil er halt ein eigener Charakter ist und einen eigenen Gesangscharakter entwickeln möchte. Aber für ein Casting war das doch gut. So, 2-2, wen hat er dann als Joker genommen? Hat er das am Anfang gesagt? Er hat Dieter genommen, glaube ich, ne, oder? Ah, ne. Jawoll, er hat Dieter genommen, wichtig, wichtig. Wen hast du gewählt? Den Dieter. Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Stell dir mal vor, du sitzt da im Castingraum, hast noch nicht vorgesungen und siehst den, wie der mit einem 2-2 weitergekommen ist. Und du saßt da und denkst so, okay, der hat verdammt gut gesungen. Und der kriegt nur zwei Ja's? Dann geht dir da in dem Castingraum noch mehr Muffensausen. Also du siehst viel besser aus als viele da in diesem deutschen Segment. Ja, Dankeschön. Deswegen hat die doch gemacht, was die da geredet haben. Also sorry. Ich bin schockiert. Ja, der Fabian, der hat gesanglich eine eher durchschnittliche Leistung gebracht. Trotz alledem fand ich die Stimmfarbe ganz interessant. Und sehe ihn tatsächlich als so ein bisschen Everybody's Darling. Yeah! Also durchschnittlich. Es war nicht der perfekteste Auftritt, aber es war schon gut. Diese Seeluft, ein Happen vom Fischmarkt, einen Schluck aus der Haifischbar und schon hat man ein saftiges Rezept für Hamburg. Unsere Juroren sind vor Ort und erwarten die nächste geschmackvolle Performance. Wie fühlst du dich? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ja, sonst geht es mir gut. Oh, der legendäre, der atemberaubendste Auftritt, der, einer der atemberaubendsten Auftritte der DSG-Geschichte und was ist Amadeus. Ich habe den Auftritt noch nicht gesehen. Ich kenne also dieses Gesicht, die Figur Amadeus. Und mir wurde sehr viel in die Kommentare geschrieben, reagier mal auf Amadeus' Auftritt. Und nun haben wir ihn, endlich, finally, wir sind da, let's go. Amadeus aus der Schweiz ist der nächste DSDS-Kandidat. Ist extra nach Hamburg dafür angereist. Der hätte doch in einem Casting in München, war doch auch mal Casting oder, oder Köln oder so, nein, ja, gut, aus der Schweiz nach Hamburg, lange Anreise. Ich hoffe, dass dies gelohnt hat, Amadeus. Okay, Achtung. Jawohl, lächeln bitte. Aber bitte recht freundlich. So ist es gut. Ich bin der Amadeus, ich bin 20 Jahre alt und wohne in der Schweiz im Kanton Luzern. Im Kanton Luzern? Boah, ist es ein Schweizer Dialekt oder redet er sehr? Der Luzern? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich... Mein Gefühl sagt mir, dass es eher ein Nein wird. Mal weiterkommen. In der Schweiz ist die Welt noch in Ordnung. Wunderschön. Landschaft in der Schweiz, wunderschön. Und das hat ganz sicher mit unserem Superstar-Anwärter Amadeus zu tun. Villa Amadeus? Denn der wohnt bis heute bei Mama und Papa. Ja, ich wohne bei meinen Eltern. Wie alt ist er denn? Ist doch in Ordnung. Willkommen bei uns zu Hause. Der ist doch unter 25, oder nicht? In Addigonsville. Wir machen eine kleine Führung und zeigen euch die wichtigsten Zimmer. Ich glaube, Amadeus, dass der ein bisschen Autismus hat. Also einfach von seiner Art und Weise könnte ich mir das vorstellen. Weil er sehr stringent redet so und wie er da auch steht. Könnte ich mir vorstellen. Amadeus, du kannst erzählen. Ah, deswegen auch der Name Amadeus. Jetzt sehe ich es. Der Kronleuchter, die Bilderrahmen. Ja, ja. Der Tisch hier. Rote Sofa. Leder Sofa. Also das ist unser Wohnzimmer. Und ja, da haben wir viele Bilder. Okay. Amadeus ist ja auch so ein, ich sag mal, altertümlicher Name. Ah, jetzt verstehe ich auch warum. Warum die Eltern den Amadeus genannt haben. Ich finde es gemütlich, weil... Ja, und praktisch, weil meine Mutter mir auch, ja, bei vielen Sachen behilflich ist und mich unterstützt. Die Einrichtung ist vielleicht, ja, ist gewöhnungsbedürftig. Gemütlich finde ich sie jetzt eher nicht. Aber es gibt auch Wohnungseinrichtungen, die weniger gemütlich sind, wo ich denke, okay, das ist jetzt nicht so super cozy, gemütlich, aber es sieht gut aus. Die ist eher nicht so mein Fall, ja. Die Idee habe ich ausgewählt. Ja, meine Mutter sucht die Sachen aus und ich schaue dann, ob sie mir gefallen. Ja, und unser Haus ist auch schön dekoriert. Hier sieht man einige Bilder von mir, wo ich ein Baby und ein Kleinkind war. Und ja, die hängen bei mir im Gästezimmer. Oh. Na, da unten machen die Musik. Die haben schön Klavier hier stehen. Ich bin gespannt. Jetzt kriegen wir den ersten, wir kriegen den ersten Geschmacksprobe von Amadeus. Also am liebsten singe ich klassische Musik mit meinem Vater. Hab ich mir gedacht. Altertümliche klassische Musik. Also bei dem Namen, bei der Einrichtung und der Art und Weise singt ihr, hättest mich jetzt gewundert, wenn er jetzt irgendwas sehr modernes singt. Pop-Lieder von Lady Gaga oder Riena, die höre ich auch gerne. Ah, okay. Der Tisch für den Auftritt bei DSDS wird gedeckt, ein kräftiges Essen serviert und das Bettchen gemacht. Das ist wahre Mutterlieb. Ich hab, erste Frage war, okay, er hat ne Delfindecke, das ist okay, das ist okay. Ja, wenn man gerne noch irgendwie auch, ich, ich hab auch Fridolin, ich hab hier hinten noch ein paar Kuscheltiere, so. Das ist in Ordnung, ja. So, für ein Kuscheltier ist man nie zu alt. Die nächste Frage ist, warum dieses Bild in Unterhose, Amadeus? Hattest du noch vor, neben dem Gesang, die Karriere als Unterwäschenmodel zu machen? Und das nächste ist, warum hat er das auf Facebook hochgeladen? Das ist kein guter Ort, um solche Bilder hochzuladen. Und dann die allernächste Frage. Erst das Bild machen, auf Facebook hochzuladen. Und das dritte, warum schneidet RTL das mit in die Vorstellung rein? RTL! Es schlägt gleich zwölf hier! Ah, nein! Also meine Mutter ist meine Beraterin und sie schaut auch, ob mir die Klamotten stehen oder ob sie zu klein oder zu groß sind. Und ja, sie unterstützt und berät mich. Ist okay, Amadeus, hast du alles oder brauchst du noch etwas? Ich hab alles. Okay, na dann, guten Appetit noch. Ich denke, er braucht noch ein bisschen meine Hilfe, wie die Jungs in diesem Alter so sind. Gut, Jungs in diesem Alter, wie alt ist denn Amadeus? Amadeus ist im Sommer 20 geworden. Hä? Wie Jungs in dem Alter sind die? Im Sommer 20? Also mit 20 noch zu Hause zu leben ist mehr als legitim. Also ich schaff das auch nicht, wenn Leute noch älter sind und zu Hause noch leben. Aber mit 20 ist ja noch völlig in Ordnung. Also sorry, man macht doch mit 19 und 18 erst Abitur. Und denn, wenn man im ersten Studienjahr oder im ersten... Also klar kann man auch mit 18, 19 ausziehen. Aber mit 20, wenn er vielleicht ein bisschen autistisch veranlagt ist oder so, dann ist das... Also das ist legitim, Leute. Sorry. Also ich bin Single. Ja, also es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen ja auch hohe Ansprüche habe. Amadeus ist Single like a Pringle und hat hohe Ansprüche? Nah. Ja, gibt es viele welche... Anja Zeitler? Das ist ein Sportmodel. Ich kenne die sogar noch von damals. Die ist auch aus der Schweiz. Amadeus, nicht böse gemeint, aber... Ist die nicht... Ist die nicht eine Liga zu hoch? Ich wäre gut gefallen. Zum Beispiel Lisa Nowak und Gina-Lisa Lofink. Ich wünsche... Oh nein. Ich wünsche dir einen schönen Tag, liebe Gina. Gina-Lisa Lofink. Ihr müsst jetzt mal sehen. Das ist eine... Die ist so gemacht. Wenn man das mag und dann ist es natürlich jedem selber überlassen. Aber das passt gar nicht zu dir, lieber Amadeus. Ja, also ich habe auch Kontakt mit vielen persönlichen Personen auf sozialen Netzwerken. Ah, und ich habe ihr auch gesagt, dass ich der Amadeus bin. Team Gina-Li... Team. Das ist eine Mitarbeiterin, die da schreibt. Um einfach... Das ist Fan-Support. So, die schreiben dann mit Fans. Bitteschön und vielen Dank für die Antwort. Dankeschön, das mache ich gerne. LG Amadeus. Ah, und es ist auch so, dass der Freund von Sarah Nowak, dass er am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Und dann, ja, habe ich auch gesagt, dass ich am gleichen Tag Geburtstag wie ihr Freund habe. Er hat am gleichen Tag Geburtstag wie der Freund von ihrem Crush. Ja, das... Das kann kein Zufall sein. Dann gehört ihr zusammen. Wie Pech und Späfel. Oh, du gehst aber ran, Amadeus. Wenn du so weitermachst, bist du nicht mehr lange Seele. Nee. Nee, doch, weil er ein bisschen zu hoch greift. All das sind halt erwachsene Frauen, die irgendwo auch mitten im Leben sind. Und ob jetzt ein 20-jähriger Amadeus, der irgendwie noch zu Hause lebt, Interesse haben, nicht böse gemeint. Aber man muss ja realistisch sein, Freunde. Das ist nicht böse gemeint, ne. Man muss ja hier realistisch sein. Ist halt trotzdem so, die wollen vielleicht auch ein bisschen einen Mann haben, der vielleicht auch ein bisschen mehr im Leben steht. Wo man sich vielleicht auch ein bisschen zetteln kann. Die gemeinsame Interessen haben, wo es halt ein bisschen passt, ne. Amadeus? Ja? Kommst du ein bisschen? Ja, ich komme. Ist das ein Zimmer oder was ist das? Das ist ein Büro? Alter, guckt euch mal in die Papierstapel hier. Da könnte ich nicht drin leben. Neben Gina-Lisa Lohfink wartet nun auch die... Ich werde bald heute ist der erste Auftreten. Glückwunsch, Amadeus. Die SDS-Jury auf Amadeus. Gina-Lisa hat tagelang an nichts anderes gedacht. Direkt am Hamburger Hafen sind die Kritiker gespannt auf die Performance des wohlbehüteten Schweizers. Wer ist das? Ähm, bist du seine Freundin? Äh, nein, das ist Mama. Wer braucht eine Freundin, wenn es Mama gibt? Was ist das denn jetzt? Ich werde der neue Superstar 2018, weil ich nicht durchs Schick aussehe, sondern auch eine fantastische Stimme habe. Amadeus, hör auf von Superstar zu reden. Wir... Ich hab... Ich hab ein Gefühl, dass das auch ein bisschen in die Hose gehen kann. Und da von Superstar zu reden ist wieder viel. Aber wer ist das? War das jetzt wirklich... Warten wir das Video jetzt. Hattet ihr die Interesse am Amadeus? Und was sagt Mama dazu? Amadeus, ähm... Ich wünsche dir viel, viel Glück. Du schaffst es. Du bist gut. Amadeus hat sich für die goldene CD von Dieter Bohlen entschieden. Wie gesagt, als gut aussehende Frau, glaube ich, kann man niemand Besseres nehmen als Dieter Bohlen. Für ihn weiß ich nicht. Mama kann an dieser Stelle allerdings nicht mehr helfen. Und jetzt... Rock me, Amadeus. So, komm, Amadeus. Amadeus. Ja, hallo. Das passt aber gar nicht, der Name. Doch, warum nicht? Oh, doch. Doch, ich finde, er sieht auch aus wie Amadeus. Auch das Outfit mit Fliege und so. Er sieht auch aus wie Amadeus. Warum? Ja, ich bin der Amadeus. Aber ich dachte, du kommst zu so einer mit langen Haaren und so. Ja, ich bin auch klassisch und elegant gekleidet. Kommst du auch aus Österreich? Nein, ich komme aus der Schweiz, aus dem Kanton Luzern. Und ja, ich bin 20 Jahre alt. Ah, du bist kein Original-Schweizer, ne? Also meine Eltern kommen aus Polen, aber wir... Also ich bin dort geboren und aufgewachsen. Ah, okay, ja. Er hat... Ja, stimmt. Das ist ein leichter polnischer Dialekt, das harte. Ah, Luzern, ihr habt eine mietergeile Steuer. Ja, also die Steuern sind nicht so hoch bei uns. Nö. Nein. Kann man verhandeln, glaube ich, ne? Da geht man zum Finanzamt und sagt, pass mal auf, so machen wir das mal. Geil. Ja, das ist... Man kann es mit den Kantons verhandeln in der Schweiz, also man einigt sich einfach zusammen auf einen Steuersatz. Ich glaube, je mehr Geld du ins Land bringst und desto wohlhabend und je wohlhabend du natürlich bist, desto mehr Spielraum für eine Verhandlung hast du. Wenn du natürlich nicht sonderlich wohlhabend bist, dann wirst du auch nicht jetzt einen extra-übitant geilen Steuersatz bekommen. Aber das ist in der Schweiz sehr, sehr besonders. Deswegen sind da auch sehr wohlhabende Menschen ansässig, die einen sehr geringen Steuersatz verhandelt haben. Ich wollte noch sagen, dass ich, also ich werde am nächsten Jahr an der Stage-Akademie in Zürich studieren und das ist eine Musik- und Schauspielschule und auch, weil mein Vater ein Opernsänger ist. Wo hat er gesungen? Also zuerst hat er in Polen in der Großoper Warschau gesungen und ich habe auch schon selber mit ihm auch klassische Konzerte. Also in der Großoper Warschau, das ist nicht so schlecht. Auch gesungen und im Zerna Theater bin ich auch einmal aufgetreten. Aber dann muss der Vater ja ein bisschen Ahnung haben und der muss ja auch dann seinem Sohn zuhören und sagen, okay, das, was er macht, klingt gut. Okay, was singst du? Zuerst singe ich O Sole Mio von Eduardo Di Capua, dann habe ich Santa Lucia von Theodoro Cotrao und die Forelle von Franz Schubert. Okay, wir hören jetzt O Sole Mio in der Bearbeitung von Amadeus. Ja, ich meine, das ist natürlich klar, wo wieder... Ja, schon Sonntag, wie spät ist denn der Auftritt? Dein Papa auf den Namen gekommen ist. Ja, so meine beiden Eltern sind auf den Namen gekommen. Also Amadeus ist von... Ja, Amadeus ist von Mozart und dann... Der Papa ist aber nicht dabei. Die Mutter guckt sich das alleine an. Kein gutes Zeichen. Wenn der Vater wirklich richtig überzeugt von ihm ist, dann ist man auch dabei, oder? Mein zweiter Name ist noch von Frederic Chopin. Also auch Frederic, weil... Ja, der ist... Amadeus Frederic... Ja, Amadeus Frederic Stoschka. Ja. Alles klar. Vielleicht ist es auch so, dass er jetzt einfach überall raushaut und der auch ganz, ganz besonders klingt. Amadeus? Amadeus? Ich finde jetzt, bei der Nummer, da kommt überhaupt nichts rüber so. Weißt du, wenn die Italiener das singen, da wird einem ja immer so warm ums Herz. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es noch ein bisschen schlechter erwartet. Also ein bisschen Übung ist da drin, merkt man. Aber ob das halt reicht und seine gesamte Art und Weise, weil er steht da halt wie angewurzelt, angespannt und singt dann da einfach rein. Er ist, glaube ich, für die Bühne jetzt nicht unbedingt die richtige Persönlichkeit. Lass mich bitte weiter singen, dann wird es dir wärmer ums Herz. Ich glaube, da müsste ich mir jetzt Tee über den Kopf geschenzen, damit mir hier wärmer wird, ja. Du starrst auch immer so ein bisschen ins Leere, während du singst. Ja, ich glaube schon, dass er einfach etwas autistisch ist. Und dann, das ist so, dann wird dir wärmer ums Herz. Ohne Lachen auch. Also es ist halt, ja. Du klammerst dich so am Mikrofon fest. Gefühle, weißt du, wir wollen ja Gefühle. Ja, dann gib mir doch bitte die Chance, dass ich noch die weiteren Lieder singe und das weiter, dass ich dann noch mehr Gefühle rüberbringen kann. Okay. Welches ist der Song, wo du glaubst, dass die größten Gefühle kommen? Also ich denke, die größten Gefühle kommen bei der Forelle rüber. Okay, dann mach die Forelle. Ich mag Forelle gar nicht zum Beispiel. Dorade finde ich gut mit Knoblauch. Und alle sowas, aber Forelle. Ja, Dieter. Vielleicht wirst du es mögen, wenn ich es singen werde. Aber zu Weihnachten Forelle, du, da könntest du mich mit... Ja, also das Vieh schmeckt ja wirklich... Forelle Müllerinart. Mann, ich mag es. Ja, ich mag es. Boah. Weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben Forelle gegessen habe, aber ist auch egal. Es geht jetzt ja nicht um den Fisch zum Essen, sondern um das Lied. Ich kenne das tatsächlich auch nicht. Die Forelle von Franz Schubert nie gehört, keine Ahnung. Ein Fischer mit der Hute wohl an dem Ofer stand Und sah mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand So lang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht So fängt er die Forelle mit seinen Angeln nicht So fängt er die Forelle... Ja, er hat, es ist halt, so, der ist einfach, das ist einfach kein Bühnenmensch. Er steht da wie angewurzelt, klammert sich ein Mikro fest und dann haut er das Ding runter. Das ist, man merkt, dass es geübt ist. Ich hab's wirklich schlechter erwartet. Und ich finde auch so, in der, im klassischen Gesang klingen manche Sänger so. Also, oder ähnlich. Wo ich auch denke, so, ist das jetzt Gesang nicht so, so krass? Aber die Zeiten verändern sich auch natürlich. Und Albert, ob er jetzt der Richtige für DSDS ist, das ist natürlich sehr, sehr fraglich. Hier langt's jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht Gurken-Gurken-Schlecht, ja. Sieht so aus, als würde da unten jemand stehen, den du die ganze Zeit ansonsten. Er ist völlig gehemmt. Ja, weil... Ihr merkt doch, Mann, der Junge ist... Der ist ein bisschen nervös und... Der kann nicht so locker sein. Mann. Also, ich glaub, vielleicht ist es wegen den Kontaktlinsen, weil ich sie schon zu lange dran hab. Ja, okay, nee. Also, Amadeus, an den Kontaktlinsen liegt jetzt nicht. Amadeus, du hast das technisch fast einwandfrei gesungen. Ja. Aber, na wirklich jetzt, aber gefühlsmäßig... Aber ich kann mich ja noch verbessern, indem ich euch dann... Ja, indem ich euch dann besser anschauen werde, weil... Ja, das... Ja, allein durch... Oh, er ist so richtig nervös. Ich verbessere mich, wenn ich euch mehr anschauen werde. Das Anschauen wird das jetzt nicht besser. Und dann dieser polnische Ton in dem Schweizer Dialekt, das ist crazy alles. Also, es geht ja ums Ganze so. Da ist zero Gefühl so. Und er kommt echt... Aber das... Ich kann es noch trainieren. Nee, er singt halt sehr technikbezogen. Er steht da einfach und singt das Ding runter. Das ist keine Bühnenperformance, keine Lockerheit. Und dann klingt das auch nur so... So lala. Ja. Dass ich mehr Gefühl haben werde, dann könnte mir ja bitte diese Möglichkeit geben. Es ist... Da noch so viel mehr kommen, weiß ich halt nicht, weil... Null unterhaltsam. Und ich glaube, wenn ich dir einen guten Tipp geben müsste, dann würde ich sagen, leb. Ja, ich finde den Auftritt unterhaltsam. Der Gesang ist nicht so unterhaltsam, das stimmt. Aber der Auftritt ist unterhaltsam. Aber immer so guten Job geleistet, Amadeus. Mach dich frei. Ich finde erst mal zur Freude. Also ich habe euch ja angelächelt, dass ich gesungen habe. Hallo, du hast das nicht verstanden. Er ist direkt auf Diskussion aus. Das ist nicht gut, Amadeus. Denn verhärten die Fronten nur noch weiter. Und dann wird die Jury nichts machen. Also du darfst jetzt nicht alles so diskutieren. Ihr Sänger, ihr Gefühl transportiert. Und bei deinem Gesang kommt gar nichts. Das klingt wie... Wie nix. Kaputtes Radio. Ja, aber wenn... Dann kann ich das nicht mal... Nein, verstehst du das nicht? Du suchst nach Gründen. Es sind nicht deine Kontaktlinsen, weil Kontaktlinsen können nicht singen. Und es liegt auch nicht daran, dass du nach unten guckst oder wer weiß, was deine Stimme... Klingt belanglos. Wenn ihr wollt, könnt ihr meine Videos auf YouTube hören, weil ich singe dort auch, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und ich wollte nur sagen, noch vor... Wie viele Klicks hast du auf YouTube? Also etwa 10.000 ungefähr. Oh, er ist natürlich jetzt total nervös, diskutiert und... Aber du kriegst doch, guck mal, du stehst von der Jury. Sollen die jetzt sich die YouTube-Videos angucken? Es geht jetzt leider nur um diese Casting-Performance, Amadeus. Und es ist doch auch kein... kein Beinbruch. Ja? Wenn wir jetzt akzeptieren, sag, hey, ich arbeite an mir, danke, so einfach akzeptieren und gehen, Amadeus. Nicht diskutieren, bitte nicht. Bitte nicht! Aber ich kann das nicht verstehen, weil ich meine, wenn ich besser singen werde, dann... Amadeus, jetzt machst du dich unsympathisch. Mann! Du kannst ja... Du kannst ja mehr Gefühle singen. Pass auf, pass auf, was gibt es da nicht zu verstehen? Wir vier mögen das nicht, wie du singst. Weil wir nicht glauben, dass du auch nur die klitzekleinste Chance in diesem Musikwettbewerb DSDS hast. Aber dann gib dir doch eine Chance, wenn ich noch andere Lieder singen werde. Ich kann euch dann mehr Gefühle zeigen. Schnubbelhase! Ja, aber könnt ihr mir nicht alle eine Chance geben, dass ich besser... Ja, aber dann kann man ja eben eine Chance geben, Amadeus. Man muss schon beim Casting auch überzeugen. Man muss das Potenzial sehen. Und ich sehe Bühnen-Performance-mäßig auch wenig Potenzial, obwohl es gibt natürlich auch... Wenn ich jetzt an andere klassischen Sänger den Leute auch, die jetzt sich nicht viel bewegen, aber trotzdem irgendwie zeigen die mehr Emotionen oder mit den Armen oder so. Das ist... Ja, nee. Ah, schwierig. Sorry, Leute. Nee, geht nicht. Den kann man einfach... Amadeus, kannst du einfach nicht weiterleisten. Wir sind ja nicht auf dem Bazaar hier irgendwo. Ja, aber gib mir doch eine Chance, dass ich es besser singen kann. Jetzt hör auf, Amadeus. Jetzt sind die Fronten verhärtet, Amadeus. Wenn die jetzt noch denen eine Chance geben, dann stehen die ja selber nicht zu ihrem Wort. Jetzt ist keine Chance mehr, Amadeus. Lass sein. Du hast doch schon zwei Titel gesungen. Ja, aber ich denke vielleicht... Zwei Chancen bekommen. Ich denke vielleicht ist das ein bisschen an der Müdigkeit, weil ich lange warten musste. Amadeus, vielen Dank, dass du da warst. Aber das nächste Mal, wenn ich ausgeruhter sein werde, dann kann ich es besser singen und dann kann ich euch besser überzeugen. Ja, nein. Aber können wir doch weiterhin... Ja, nein. Nein. Ja, aber ich denke vielleicht... Ja, nein. Nein. Aber das ist jetzt auch fies. Mann, denn sagt jetzt, hey, Amadeus, ist jetzt hier Schluss. So, jetzt kommen da zwei, drei Sekunden Leute, die begleiten dich jetzt kurz einmal raus und dann ist die Sache Ende, so. Die Schlachter sieht aber auch echt aus, ne? Aber gib mir doch eine Chance. Nein. Aber bitte gib mir doch eine Chance. Viermal nein. Ja, aber gib mir doch eine Chance, dass ich... Ja, nein. Ja, aber wenn dann... Ja, nein. Es tut mir leid. Ja, aber dann gib mir doch eine Chance, dass... Oh, Mann, Amadeus, guck mal. Ich weiß, du hast dich lange auf diesen Auftritt vorbereitet und du hast dich darauf gefreut und du bist aufgeregt. Und für dich gäbe es jetzt nicht schöner, als weiterzukommen. Aber irgendwo gibt es einen Punkt, jetzt ist es so genug einfach. Jetzt nicht weiter diskutieren. Nein, 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 nein. Ja, aber vielleicht... Hallo. Ja, aber gib mir doch eine Chance, dass ich euch das letzte Mal besser überzeugen kann. Gut, nein. Das verstehe... Also, sie sagen nein und er so, gib mir doch eine Chance. Ein ganz kleines Wort mit vier Buchstaben. Was verstehst du an diesem scheiß Nein nicht? Wir sagen immer dasselbe, du sagst immer dasselbe. Das führt zu nichts. Nein, du sagst doch. Nein, doch. Ich sag doppelt nein, du sagst doppelt doch. Ich sag unendlich viel nein, du sagst unendlich viel doch. Ich habe mich gespiegelt, unendlich nein. Aber kann ich euch nicht beim nächsten Mal dann besser überzeugen? Amadeus, es reicht. Meine Güte. Also, man kann ja einmal sagen, hey, ich würde gerne eine Chance bekommen und dann, dass ich euch überzeugen kann. Aber es 20 Mal, ey, der lässt nicht locker. Aber manche Leute checken halt einfach nicht so, wann die Grenze ist. Und das kann, vielleicht werden dann ein bisschen autistisch, so diese sozialen Gefüge manchmal, zwischenmenschliche Dinge, versteht man dann nicht so hundertprozentig manchmal. Oh, mir platzt gleich hier rüber, du. Ja. Aber bitte gib mir doch eine Chance. Nein, nein, aber nein. Aber wenn der mir meine Profile Chance geben. Nein, nein. Nee, das führt zu nichts. Vorbei, okay? Nein. Aber ich bin doch eine Chance geben. Der bleibt da. Der hat gesagt, hey, ich bleib sogar drei Tage da stehen, bis die Ja sagen. Hast du gesagt, darf ich dich rausbringen oder muss ich jemand anders rausbringen? Aber bitte gib dir eine Chance. Hören wir mal ganz kurz zu. Nein. Nein. Amadeus. Amadeus. Nein. 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 Das ist crazy. Der hört nicht auf. Das, ey, also, das ist krass. Irgendwo muss man doch checken, wo die Grenze dann ist. Oh, jetzt kommt Mama. Wer ist denn die? Da steht, ist das, ist die verwandt mit ihm? Nein. Kannst du hier nicht. Nein. Das ist meine Mama, weil, ja. Ja. Meine Mama, das ist gut. Vielen Dank. Hallo, guten Abend. Ist die Mutter von Mama? Nein, jetzt bitte, 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 bitte. Raus jetzt. Nein, aber bitte gib mir eine Chance. Nein, jetzt, also, jetzt reiz, wirklich jetzt. Okay, aber gib mir eine Chance. Ja, okay, die Mutter macht das richtig. Jetzt nimm ihn und sag, hey, okay, komm, Amadeus. Weil, wenn sie jetzt auch noch diskutiert, dann wird es richtig unangenehm. Eine Chance, dass ich besser singen werde. Ja, ich kann es nicht verstehen. Ich finde es unglaublich. Man muss doch nicht mit so viel Hass gehen. Ja, dann hat es halt nicht gereicht. Sag, danke, so. Die waren auch auf alles vorbereitet, was da passiert. Und sie guckt jetzt auch so böse, Leute. Ihr dürft das nicht so, man darf nicht immer alles so an sich ranlassen, mit so viel, so verkrampft an die Sachen rangehen. Ja, dann hat es jetzt hier nicht gereicht. Das war nicht schlimm. Das, was du danach gemacht hast, das ewige diskutieren, das war halt too much. Ich finde, die konnten mir eine Chance geben. Also, ich finde es unglaublich. Das geht nicht. Amadeus, keine Sorge. Du wirst sowieso groß. Deine Stimme ist perfekt. Du kannst schön singen. Ja, weil ich denke, dass es an der Möglichkeit war, sechs Stunden lang zu warten. Und ja, ich finde, ja, sobald ich früher wäre, dann würde ich es besser singen. Und also, ich meine, ja, die Gefühle sind ja auch nach sechs Stunden warten dann nicht mehr so da. Ja, okay, die haben sechs Stunden im Castingraum gewartet, ne? Also, das ist halt echt crazy. Aber wie gesagt, man weiß, dass man Nines bekommen kann. Man steht ja vor einer Jury. Das heißt ja nicht, ey, du musst sechs Stunden warten, vorsingen und dann kommst du weiter. Sondern dann kriegst du eine Entscheidung. Aber wenn das nicht mit ihm kommuniziert wurde und er tatsächlich pünktlich angereicht ist, den sechs Stunden zu warten, das ist natürlich heavy, ne? Aber ich glaube, in diesen Castings warten die oft so lange. Keine Ahnung. Aber das ist schon, das ist natürlich heftig. Vor allem sechs Stunden mit Aufregung und du verlierst halt die Geduld irgendwann, ne? Ich finde, die sollten mir eine Chance geben. Das Schlimmer kann es ja jetzt nicht mehr werden. Halbe Stunde haben wir dir mit dem. Halbe Stunde, wirklich? Es ist halb sechs jetzt, ebenfalls fünf. Mein Tag, Schwede. Halb sechs, ja, die Castings sind irgendwie im Januar oder Dezember oder so, ne? Ja, in der Winterzeit, deswegen ist es schon so dunkel. In der Anstalt. Ja, vielleicht werde ich an anderen Talentwettbewerben teilnehmen oder, ja, es gibt ja auch, wer wird Millionäre. Das ist auch eine Quizshow, aber dort kann ich ja auch vielleicht mal wissen, wer weiß. Hä? Vielleicht, wer wird Millionär gewinnen? Ja, also erstmal gab es noch gar nicht so viele, die es bis zur Million geschafft haben. Und warum sagst du jetzt so, das sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, der macht das doch gerne, Amadeus. Bei Amadeus hatte ich ein bisschen Angst, weil er so ein, so was, verrücktes im Blick hatte. Und in dem Moment geht natürlich einem dann schon durch den Kopf, was hat er... Ja, nicht so verkrampft das Sehen. Ja, klar hast du dir vorgenommen, weiterzukommen. Und es ist auch eine gewisse Enttäuschung, wenn du da nicht weiterkommst, so. Aber so ist das Leben und so ist das auch, wenn man bei DSDS mitmacht. Boah, was, wie sehr will er das? Wozu ist er fähig? Wozu ist er fähig? Wozu ist er fähig? Wozu ist er fähig? Ich glaube gar nicht, dass er vielleicht in real life so... Also doch, es kann anstrengend, glaube ich, mit ihm sein, aber er hat sich halt so verkrampft und seine Eltern haben ihn wochenlang eingetrichtert, dass er sehr weit kommen wird. Und dann ist das halt so, bam, ernüchternd. 15 Minuten Auftritt, bam, nein, fertig. Und diese ganze wochenlange Aufregung, Vorbereitung, ist dann halt so... Ja, deswegen immer die Erwartungen immer sehr tief halten. Den kann man nicht so krass enttäuscht werden. Wenn du mit tiefen Erwartungen hingehst, hast du nicht enttäuscht werden. Der Vater vielleicht. Geile Familie. Ja, Freunde, das war es mit der heutigen DSDS-Legenden-Ausgabe mit Amadeus. Vielen Dank fürs Anschauen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind es für andere coole Videos. Checkt sie ab. Bis morgen. Und ciao. Bis morgen.